Moin Leute und Willkommen auf meinem Kanal Dieses Mal was ganz besonderes Das ist jetzt nämlich der Start von meiner Planet Sight 2 Serie Oder meiner Filmreihe Ich mache auf jeden Fall da jetzt in meinen Playlist richtig geile Sachen rein Und hier ist jetzt zum Beispiel das Planet Sight 2 Mestive Tank Attack Also was wir hier gemacht haben mit meinem Team was ich hab Also es ist nicht meins, es ist ein Member drin Ähm, ja, ich werde weitere Videos hochladen Vorne richtig krass geilen riesen Massenangriffen auf verschiedene Basen Und ja, da sieht man da gehts grads los Ähm, ja, ich bin richtig erstaunt gewesen als ich das gesehen habe Eigentlich sollte ich da auch mit in der Reihe stehen Aber ich hab mir da einen Sonderplatz holen lassen Und durfte jetzt hier diesen Kameramann spielen Ähm, mit dem Panzer Und ja, ich werde mich am hinten dran auch noch dran hängen Das seht ihr dann gleich Auf jeden Fall, ähm, ja Müsst jetzt mal gleich links unten auf der Karte gucken Ist richtig geil Also, dann ist uns später aufgefallen, dass wir gar keine Skyguards haben Also Skyguards sind die, ähm, in dem Spiel die Leute Die ihren Panzer mit einem Flugabwehr geschützt, ähm, ausgerüstet haben Das haben aber jetzt die meisten glaub ich nicht Weil sonst könnten die, die diesen Jäger da zum Beispiel abschießen Ähm, ja Genau Dann wurde vorrägter angesagt Ähm, das war aller vorrägter, würde ich glaube ich sagen, ne Also es ist schon richtig heftig gewesen Ja, der war nur Souveränität Unter Trid Trid Schreibe ich noch in die Beschreibung Ja, das war's eigentlich schon auch Ähm, danke, dass ihr zugeschaut Und habt zugeschaut Ja, zugeschaut habt Und ja Ich hoffe, dass es euch gefallen hat Es werden weitere Clips folgen Auf Wiedersehen Tschüss